Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Wir werden jetzt dieses komische Anwesen anschauen. Wir haben nämlich gerade Doc und Ashley, äh Leslie, ich sag nicht Ashley, ich will immer Ashley sagen, ich weiß nicht warum. Also Doc und Leslie haben wir dort bei einer komischen Tür verschwinden sehen, nämlich der da. Ich nehme mal stark an, wir sollen dem folgen. Und wie es so ausschaut, braucht man hierfür drei Mechanismen, die man betätigen muss. Fangen wir halt einmal hier an. Oh, was haben wir da? Nein, nicht schlagen, ich will das aufheben. Was ist da? Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe, dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gebe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte, aber ich brauche Ressourcen. Äh, Jimmens? Oh Gott, wie sagt man das? Jimmens. Wahrscheinlich so, ne? Jimmens? Hm. Dieser Schwachkopf wird endlich sein, Punkt die Punkt. Ich kann wie immer nicht scrollen. Also, selber lesen. Ja, indem ihr das Spiel spielt, ja. 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 Was? Was? Was war das? War das er? Na bitte, jetzt spinnt der da, äh, jetzt geht der da rum? Na, das brauche ich jetzt echt nicht. Der ist da was. Ist das ein oder sind es mehrere? Es sind tatsächlich zwei. Okay, ich habe eine Idee. Da drin ist eine Bombe. Die werden wir uns jetzt zunutze machen. Ich hoffe nur. Jawohl, das wollte ich eigentlich erreichen. Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Alter, Scheiße. Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Alter, mir geht die Bomben. Okay, wir haben sieben Schoß drin. Gut. Alter, ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. Und das kann ich nicht kaputt machen? Nein. Das geht auch nicht. Okay. Den Kerl zu besiegen... ...wird, glaube ich, auch schlimm werden. Was haben wir hier? Okay. Okay, ich glaube, bevor ich das aktiviere... Okay, das geht nicht zum Kaputthauen. Proband Nr. 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neocortex-Region für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Was? Ich mache da irgendwas verkehrt. Okay. Ich weiß aber nicht was. Ich habe keine Ahnung, was sie da jetzt machen sollen. Ich werde verrecken. Pfeiltaste, Sonte, bewegen. Maus bewegen, umsehen. Alter, wie scheißlich. Ah, hier ist der Räuchernhinweis, ne? Äh, was? Gehirnhälfte scheint zu sein, ne? Also, hier waren wir doch schon, oder? Da ist ein Nagel. Bei dem Nagel, oder was? T2. Muss das fast das gemeint sein, oder? Nein. Ah, da ist, geht's weiter. Pain. Leid. Ähm. Ich werde verrecken. Da muss genau den Punkt treffen. Ich weiß jetzt mal, welchen Punkt das sein soll. Alter, ich kann das nicht einmal... Ich kann das für mich nicht einmal... Proband Nr. 58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einbildung. Übernahme des Probanden normäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ähm. So, jetzt bedeuten, dass die beiden auf der... ...auf dieser Seite, dass das sowieso generell falsch war. Oh! 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 Und dass dann die beiden, also auf der linken Seite, stimmen. T2 und E84. Ich könnte noch eine Aufnahme, so ein Ding brauchen. Kann man da wieder... Kann man das beenden? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss ich jetzt durchziehen, bis ich frage. Ich habe ja noch mehr einen versucht, dann bin ich gestorben. Also hier... ...ägesagt, ne? M33 ist für einen Arsch, ne? Und F7 scheint auch für einen Arsch zu sein. Keiner kann nur mehr. D2 steckt schon was drin, also müsste... E4 und... E84 stimmen. Das müsste hier rüben dann irgendwo sein, ne? Das ist der eine Teil. Übernahme des Probanden am Märchen der Fotografie. Das grüne, da... Aha, der geht jetzt noch ganz unten, weiß. Die individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Pfff. Aha, die... Das, das, ähm... Dieses hellblaue scheint... Gehört das auch zum Hirn? Alter. Dann gibt es so einen kleinen Teil hier. Das müsste aber schon der rote Bereich sein. Das heißt, hier irgendwo müsste es grünes sein... ...und da rüben irgendwo das gelbe, oder? Alter. Weil bei der, der eine... Die eine Nadel da oben ist hier, das ist blau. Das ist ein blaues Gebiet. Hier unten ist... ...auch ein blaues. Und der Stiekel oberhalb. Hier irgendwo müsste es dann sein, ne? Ach so, beim grünen Gebiet steckt eine Nadel drin. Ach so, dann ist dazwischen drin eine Möglichkeit. Hier ungefähr. Wahrscheinlich eher da so. Ich probiere es einmal. War falsch, ja. Dachte ich mir schon. Ah, ich komme schon langsam dahinter, okay. Müssen wir das nur punktgenau treffen scheinbar. Boah, ist das scheißlich. Hm. Hä, ich habe was gespeichert? Warum? Keine Ahnung. Ähm. Ich habe nur mehr 100, oder? Ja, passt. Ich bin da leicht verwirrt, ehrlich gesagt. Oder verwirrt ist falsch gesagt. Ich glaube, ähm... Ja. Ja, keine Ahnung. Das wollte ich noch mitnehmen. Genau, das haben wir eh gelesen gehabt. Jetzt müssen wir uns verstecken, ne? Der kommt jetzt, der Kleiner. Oder? Lustig, die Scheibe hier ist zerbrochen, ne? Die blieb zerbrochen. Kommt er jetzt, nicht? Aber die futtern da noch. Also, cool wäre es, dass das nicht explodiert ist, die Bombe da. Ähm. Eine Granate möchte ich der, ehrlich gesagt, nicht opfern. Ich glaube, da bin ich mit dem Revolver noch am besten. Am besten aufgestellt. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Mal schauen, ob ich sie da durchwerfen kann. Mal schauen, ob ich sie da durchwerfen kann. Und dann... Okay, das interessiert den nicht. Okay, das war auch für die Fische. Alter, liegt der schon am Boden. Das war nicht so klasse, oder? Hm. Das ist nicht so klasse gelaufen eigentlich. Hm. Vor allem ein Haufen Munition eigentlich verschwendet, finde ich's. Finde ich halt. Hm. 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 Was haben wir hier? Ja, dann brühen wir es halt nochmal, ne? Aber ich fürchte, das kriege ich wieder nicht hin. Das müsste hier irgendwo sein. Das müsste hier irgendwo sein. Das müsste ich hier irgendwo sein. Das müsste ich hier irgendwo sein. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Das müsste ich hier irgendwo sein. Also wenn ich nach oben und nach unten fahre, das Gerät ist mir auch ziemlich... Ich sage, es ist mir ein Bild-Suspekt. Ähm. So müsste das doch hier irgendwo sein dann. Das Grün, es steckt genau im Grün drinnen. Muss das doch in der Mitte sein. Also hier irgendwo. Wenn ich nach oben fahre. Wenn ich nach unten fahre. Es verschiebt sich da auch immer ein bisschen. Wenn ich genau hier bin, nach oben fahre, verschiebt sich das immer ein bisschen. Na, jetzt geht auf einmal. Na ja. Okay, ähm. Das könnte aber auch sein, wenn ich hier rüber fahre. Dass es hier irgendwo ist, ne? Das ist echt schwer. Vor allem schaut die Skizze aus wie eine Landkarte eigentlich. Irgendwie. Vor allem das Arme hier hinterher ist schon so ramponiert. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmen könnte. Ähm. Nö. Was ich nach Punkt genau treffen muss, ne? Eigentlich. Keine Ahnung. Warum kriege ich eigentlich Schaden, wenn ich... wenn ich das hier probiere? Das ist echt merkwürdig. Das muss ich schon sagen. Ne. Also da, äh, äh, muss ich mich... Da muss ich jetzt ein bisschen üben. Das ist etwas komisch, ehrlich gesagt. Ich werde wieder verrecken. Ähm. Vor allem, ich habe überhaupt kein Schimmer. Warte mal. Da muss man genauer hinschauen, ne? Da sieht man sogar ganz leicht eingezeichnet, diese komischen... Die hier, ne? Diese... Dingens. Und der sagt genau, da so mittendrin. Da so ungefähr dann. Oder wie? Da geht's so noch runter. Und da ist so... Und der will's ungefähr da haben. Da so, glaube ich. Vielleicht noch ein Stückchen weiter nach links. Ich muss das jetzt ein bisschen üben. Ich muss das ein bisschen üben. Und dann, wenn ich das hinbekommen habe, dann... Ähm. Dann hören wir uns wieder. Würde ich sagen. Das ist ja wieder mal ein sehr gelungener Part gewesen. Eigentlich gar nicht. Ähm. Wie klingt das schon hin? Keine Sorge. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Elend hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.